Hallöchen zusammen, zum nächsten Part Pokémon Flora Sky. Wir sind hier in Ospak City angekommen und wollen uns diese kleine, knuffige Stadt jetzt mal angucken. Ich spreche jetzt erstmal wie immer mit den Leuten, die draußen hier sind. The thing you have, it's a Pokédex, isn't it? You're off to lose to see all kinds of Pokémon. Now, lucky you. Hello, Tante. Living in this town is so dangerous. Each time there is a strong storm, come here, people must immigrate to another place. Oh my god, ja, Menschen. Hi, sightseeing, are you? Isn't the warm climate here great? Ja, es ist voll warm. Es ist nicht, es ist kalt, ich freu mir den Arsch ab. Mr. Scope is old, but he's still very much active. All his teeth are false, Thor. Oh my god, der Typ mit falschen Seen, schäm dich was. Er hat ganz viele Bidizos. Hi, young trainer. I worked so hard to develop my tool and finally, it is done. Do you want to have it? Natürlich. Oh, good. If you bring me the Polia tea, I'll give it to you. You don't have the tea. Wollte schon sagen, der will mir das wahrscheinlich wieder irgendwie kostenlos geben, ne? Ich weiß nicht, da war irgendwie eine Tante. Weil ganz am Anfang vom LP war die da. Hier, möchtest du was haben? Ja. Okay, gebe ich dir. Warum nicht, ne? Ganz viele Menschen hier. Wenn du so weit weg von der Stadt bist, ist das Licht am Abend fantastisch. Das muss man echt sagen. Wenn man so in der Natur ist und ganz weit von irgendwelchen Städten weg, dann der Nachthimmel. Wenn es natürlich nicht bewirkt ist. Echt grandios. Ähm, ich habe das Haus gekauft, weil ich wollte, dass ich irgendwo woanders leben wollte. Heute, denke ich, ich gehe rausfischen. Jo, dann mach das mal, Upi. Äh, du kennst dich über den Mädchen-Gem-Leader in Mallea City? Sie ist ein Stil-Type-Pokémon, richtig? Ich liebe sie. Ich habe wirklich gehört. Ich habe gehört, dass sie ein cooler Gast und schönes auch. Ja, die ist doof. Sag nichts Falsches über die. Die ist doof. Ganz ehrlich, ich merke es dir. So, ähm, die hatte ich schon gesprochen. Dann ist hier noch ein Haul-Isschen. Dann gucken wir uns das mal an. Leute sagten, dass sie ein Pokémon hoch über sie sah. Es fliegt allgemein? Es muss nicht irgendwo liegen? Ja. Ja, ich weiß. Ich bin high. Leute. Geil. Warte mal, was passiert, wenn ich no sage? No, that doesn't make any sense. If you come from somewhere. Oh, wait. You're not going to say you were born at the bottom of the sea? Geil. Ich bin high. Ich bin echt high. Geil. Wollkommen so. Ja. Sky-Pokémon. Sky-Pokémon. Oh, cool. Oh, geil. Leute, der ist cool. Der ist echt cool. Steht sich auf dem Schild. Move to your house. New moves taught to Pokémon. Ja, dafür braucht man diese Herzschuppen, glaube ich. Das kann ich mir gleich abschminken. So, ähm, nein. Nicht in die Tasche. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte... Nicht in die Tasche. So, ich wollte mir die Karte nochmal angucken. Damit ich weiß, dass ich hier nach Hotecita... Hotecita City muss. Wissen wir Bescheid? Dann wollen wir uns da mal hinbewegen. Wey. Died blue. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Woot. Ey, ey. Miep. Hallo, Pokémon. Ach nein, Baldorfisch. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt kann ich da aber mal fliehen von. Ich hasse dieses. Nach diesen paar Parts, wo das andauernd uns über den Weg gelaufen ist. Boah, ich hab es gehasst am Ende. Gab da aber mehrere Pokémon, die ich seit diesem LP hasse. Wie ist es doch gleich? Trapinch in Englisch? Ich weiß gar nicht. Knacklion. Genau, dich hasse ich. Oh, our boat. The tide carried away. Oh mein Gott, das arme Boot. Das ist jetzt da ganz alleine draußen. Und du bist ein Segler. Das hab ich gut erkannt, was? Gurdur. Äh, da, 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 da. Eine kurze Überlegung. Nein, das lassen wir. Ähm, ich brauche irgendwas Sinnvolles. Ich versuche es mit Trubbish. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Idee. Glaube ich zumindest. Seismic Toss. Das sehe ich jetzt. Das war keine gute Idee. Äh, überhaupt nicht. Das ist nicht mal vergiftet. Ich hab erst überlegt, wie war das jetzt mit Effektivität, äh, Finster, Kampf und, äh, ne. Ich bin da die ganze Zeit immer überlegen. Wogegen war das alles effektiv? Und jetzt muss ich nachgucken und, äh, ja. Könnte ich mal zwischen den Parts echt machen? Weil das hab ich mir wahrscheinlich eh nicht gemerkt am Ende. Sehr sinnvoll. Ja gut, ähm. Wir haben es vergiftet. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ach, kommt nochmal. Oh, Rockslide. So kannst du Rockslide. Boah, du Arsch. Du Arsch. Was sollte der Scheiß jetzt? Setzen wir Do-It mal wieder ein. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Halt bei Poison. Tjö, wie gut kann das sein? Ne? Ne, okay. Dann war das irgendwie was anderes. Gott, ey. Ich und diese ganzen Typen, ey. Sie sollten mir das eigentlich so irgendwie als Desktop-Hintergrund irgendwo gegen klatschen, damit ich die ganze Zeit weiß, welcher Typ wogegen effektiv ist, ey. Boah, Gott. Schreib's dir hinter die Ohren, ey. Schreib's dir hinter die Ohren. Okay. Gut, du besiegt. Nice. Level 29 für Säber. Twister. Warum nicht, ne? Äh, das macht, ähm, whips up a vicious Twister to tear at the foe. Dir kann weg. Würde ich so ganz spontan sagen. Überhaupt, sowas alles. Lern ich auch Drachenattacken und alles? Damit kann... Ne, Säber kann nicht fliegen. Politoad. Ja, wir wechseln erstmal zu, ähm, Säber. Bist du Typ Wasser oder was bist du? Also, ich glaub, du bist dieses komische, ähm, Biber, Wasser-Biber. Ne, ach, du bist das, okay. Hab nichts gesagt. Du bist ein Frosch. Ich muss da gerade dran denken. Ich glaub, beim Regi war das. Der wollte in irgendeinem LP, wollte der irgendwie so ein Dings machen, so ein Quapo, das sollte so total Boss-like aussehen. Und dann hat sich zu einem Dings dazu, hier diesem... Quacks, so hieß es, glaub ich. Auf Deutsch. Entwickelt. Das war lustig. Voll Boss-like, ey. Und dann guckt das so lieb, ne? Kleiner Versuch. Kleiner Versuch. Sniebel. Probieren wir einfach die Typen ein bisschen aus, ne? Was ist das jetzt? Sprang ab. Hm. Okay. Bounce. Oh Gott, der kann aber weit springen. Hoch vor allem. Nö. Okay, vergessen wir's. Hypnose. Du Arsch! Du Arsch, lass mich leben. Lass mich in Ruhe mein Leben leben und so. Jetzt wach auf. Wach auf! Jetzt bringt das wieder hoch. Komm schon. Jetzt wach auf! Los! Komm schon. Ja, geht doch. Vom Fantec. Und weg damit. Los! Angriff! Perish Song. Was war das? Das war nicht gut. All effected Pokémon will feint in 3 Turns. Los, raus damit. Los! Nein! Ab dem. Die fand ich saukool, die Attacke bei Traumfugil irgendwie. Keine Ahnung, wieso, weil eigentlich ist sie kein bisschen intelligent. Ich setz mal Bisaflor ein. Also, keine Ahnung, warum. Und es schläft zwar eigentlich, aber vielleicht kann ich das damit, ne? Weg machen und so. Du bist doof. Du bist ganz doof. Feld one. Oh Gott. Das finde ich doof von dir. Aha. Komm, jetzt. Bisaflor, aufwachen und so. Feld two zero und jetzt ist es weg, okay. Geht da mit, ist da mit meiner jetzt weg, oder wie ist das? Oh, please stop, please. Ich kann heilen, lieber. Ich gehe heilen. Ich gehe heilen. Mein Gott, ich gehe heilen, oder? Ne, ich gehe nicht heilen. Verpeilt. Nein, wie kommt ihr da drauf? Keine Ahnung. Ach, komm, seh her. One away. Und dann haben wir da oben noch eine Trainerin. Hallo. Why do... Why do men love bathing suits so much? They all ogle me. Don't know. Okay, du hast zwei Pokémon. Fröhlich. Und irgendwas anderes. Und Bisaflor ist immer noch am Schlafen. Das ärgert mich jetzt. Oh Gott. Wenn ihr wüsstet, wie ich hier sitze, ey. Total faul. Nein, wie kommt die Leute drauf? Komm, jetzt wach doch endlich mal auf, verdammt. Hallo? Was soll denn der Scheiß? Jetzt wach mal auf, verdammt. Na, geht doch. Jetzt ra... Hau rein, Mann. Hau rein. Verdammte Scheiße, ey. Geht doch. So, okay. Und Corsola. Ich bleib jetzt einmal drin und benutze Leech Seed. Corazon. Ey. Corazon mag ich. Ey. Was seeded. Rockblast. Wieso kannst du Rockblast? Hallo? Mach dich weg. Ne. Ist unter meinem Niveau. Okay. Wazelief. Ah, dann ist es jetzt aber wahrscheinlich weg. Ich meine, vierfach effektiv ist es, glaube ich. Ja, scheint so. Okay. Upsi. Okay, ähm. Ich würde jetzt eigentlich ganz spontan sagen, wir müssten heilen gehen. Aber irgendwie andererseits... Ach, komm, das passt schon. Ich will nicht heilen gehen. Ich bleib jetzt hier. Ich find's hier toll. Mehr oder weniger. Lauf doch. Meine Güte. Alles das, das... Baut da sowieso nur seine Scheiße. Jetzt lauf. Mein Gott. Hallo? Even those Pokémon that can swim are carried along by the Rapid Curens. Hm. What willst du? Okay, ein Pokémon. Tier 2 Orga. Das ist kein Problem für, äh, Dings. Für Dings. Ihr wisst Bescheid. Wenn ich Dings sage, dann meine ich grundsätzlich immer Bisaflor. Ne, meine ich nicht. Aber, das meine ich jetzt. Okay, ähm... Entchen. Power. Okay. Eich zieht vielleicht erst. Vielleicht ein paar HP gewinnen. Möglicherweise. Oh no. Oh no. Was sollte das denn? Unglöblich, du. Jetzt muss ich erstmal wieder essig reden. Das ist immer wieder, äh, ne? Ganz klar, du. Weil ich das unmöglich finde. Okay. Ich glaub, das reicht. Ähm. Ah yeah. Mein Gott. Da ist ein Wasserfall. Da will ich hoch. Cool. Quilfisch, du bist scheiße. Go away safely. So, um irgendwas tolles. Wüsste ich jetzt gerne. Guck hier eben kurz nach, ob hier drüber irgendwas steht. Hm, nö. Ich bin auch verheftet zwischen diesen beiden Städten. Okay, ähm. Hier haben wir einen Trainer. Den machen wir jetzt eben fertig. Nö. Nö. Was ist die Überraschung? Ich hab nicht erwartet, dass ich einen Trainer draußen in der Saison sehen kann. Ich glaube, wir sollten battleen. Was soll ich denn denken? Vielleicht denke ich was ganz anderes. Nö. Okay, ähm. Tauschen wir wieder zu Bisaflora und hoffen, dass ich das überlebe. Nichts gefährliches. Revenge ist ziemlich gefährlich. Wenn man angegriffen hat, aber glaube ich nur. Egal. Komm, los. Pin Missal. Nö. Lass es. Es reicht. Es reicht. Zwei HP. Und es muss daneben hauen. Verdammte Scheiße, was ist das denn? Was soll der Scheiße? Was soll der Scheiß? Dann muss es daneben hauen. Oh, Gott. Ah. Ja, ja. Mach das ruhig. Ich mein. Das ist mir bei zwei HP auch relativ, ob es jetzt überlebt oder nicht. Ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Wäre ganz nett, wenn ich es damit noch umhaue. Wenn nicht, dann. Ach, komm. Scheiß, was drauf. Ach. Ja, weg. Egal. Egal, egal, egal. This kid's awfully tough. Okay. Ich würde jetzt gerne auf die nächste Route kommen. Route set. Oder. Ja, ich will eben noch hier in diesem Part jetzt einmal kurz hier in der Stadt ankommen. Weiß nicht, wir haben ja einen Schwimmer, habe ich gerade noch gesehen, aber um den kümmere ich mich gleich im nächsten Part. Ach, hier kommt ja noch was anderes. Kommt ja gar nicht direkt die Stadt. Wo bin ich denn jetzt? Ja. Wo gucke ich denn überhaupt nach, verdammt? Das ist noch ein paar, das sind noch ein paar Meter, Mann. Okay, gut. Dann würde ich trotzdem sagen, beende ich den Part hier an dieser Stelle. Ähm, und im nächsten Part, ähm, im nächsten Part kümmern wir uns hier noch um ein paar Trainer und dann hoffen wir mal, dass ich, ich schleiche mich, glaube ich, im nächsten Part noch bis, äh, Dings zu der Stadt durch und dann machen wir alle Trainer, die hier sind. Gut. An der Stelle würde ich dann sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei Pokémon Flora Sky. Bis dahin, tschöö.